Ich würde sagen, wir lassen die Boote hier und gehen in den Land einwärts weiter. Ja. Dann gehen wir zu zweit. Ja, dann gehe ich mit dem Henrik mit. Wir haben uns gestern schon sehr bewährt, als du mit dem Helikopter abgeschossen wurdest, die Raketen auf uns geschossen hast und ich alles überlebt habe. Ja, das stimmt. Das war ungefähr auch eine ähnliche Situation. Da hatte ich auch so wenig Blut. Nehmen wir die Straße hier als Fixpunkt, um wieder am Ende aufeinander zu kommen? Keine Ahnung, ja. Wollen wir nicht runter zur Landzunge? Was? Wo ist denn die Landzunge von hier aus? Rechts. Westlich. Ja. Aber westlich ist doch links. Ja. Nichts, wenn du nach Süden läufst. Warte mal, ich gucke gerade jetzt erst mal. Mensch, halt, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ja, ich bin schon gestoppt. Also. Ist da noch ein Tier? Ich bin mir unsicher. Ja, ich habe auch gerade irgendwas gesehen, da habe ich auch erst mal Binocularis ausgepackt. Ah, habe ich nicht. Stimmt, ich habe ja auch welche. Oh. Wie benutzt man die? Auf B, ne? Auf B. Ja. Da zwischen den Bäumen hier, da könnte irgendein Tier sein. Ich bin mir unsicher. Jetzt habe ich einen Baumstumpf. Gott, es wackelt total. Ja. Ich versuche nochmal hier... Komm weiter, Jean Reno. Oh. Das ist ja nicht so schlecht. Versuche mal gerade nochmal hier ein Feuer zu machen und Leute abzulenken. Bist du? Ja, bist du. Wo bist du jetzt hingegangen? Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Okay. Ach, du bist in den Blut geharpstet. Was? Betroffen. Wir sind betroffen. Betroffen, betroffen. Erst wurden wir getroffen und jetzt sind wir betroffen. Ja. Ich wusste immer so laut, tut mir leid. Ich dachte, das bin ich. Also ich bin auch krass unterkühlt. Ich glaube, vielleicht sind es auch wir beide. Achso, ich bin gar nicht so krass unterkühlt. Ich dachte, ich wäre krank. Also ich sehe hier auf jeden Fall nichts. Nee, ich sehe auch niemanden. Ich würde sagen, wir lassen es drauf ankommen. Oh, die Folge ist vorbei. Wir sterben alle. So enden meistens unsere Folgen. Ich gehe jetzt auf die, ich gehe wieder auf die Straße. Was? Warum? Wir sind doch an der Straße. Du musst doch von rechts an das Ding ran. Wir wollten hier von rechts aus rein. Ich war ja noch nie drin. Ich weiß ja auch gar nicht, ob wir uns dann wieder sind. Ja, ich auch nicht, aber... Achso, ich dachte, du warst da mal drin. Ja, ich wollte reingehen und dann kamen die Raketen und dann... Und dann... Du musst immer auf den Rotor schießen. Das habe ich gelernt bei Half-Life. Ja, genau. Das ist doch dasselbe. Also von der Seite da, mit die Kräne und so. Ja, da... Ja. Okay. Okay. Ich bin Silencer dran. Nee, das ist einfach nur ein sehr langes Gewehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil ich weiß, dass ich gleich sterben könnte. Ich nicht. Ich bin ein Profi. Abs, ich muss dir vorher was verraten. Was? Das ist nur ein Spiel. Ach, kein Scheiß. Ich bin gerade ein bisschen verunsichert, weil ich meine weggeworfen habe. Ist das Henry? Ich höre irgendwas. Ja, ich bin hier, aber wo bist du? Ich höre Knarzen im Malde. Ja. Geh mal an die Mauer. Das ist wirklich nur ein Spiel? Ja. Oh. Wo bist du da? Oh. Ich habe das Gefühl, Henrik und Kat, die sind genau hinter uns. Lass uns mal in das Gefölder da reingehen. Schiezen sie uns in den Rücken, weil sie... Oh, Zombie. Also ich weiß eigentlich nicht, ja, aber bei mir ruckelt es gerade hart. Aber nur ins Gebäude erstmal mal. Irgendwo zwischen den Bäumen habe ich eigentlich gesehen. Also wir sind schon in den Gebäuden drin. Bist du auch im Gebäude drin? Echt? Lauf hier rein, lauf hier rein. Ich meinte das nur wegen den anderen... Ja, ich laufe, aber ich laufe gerade in Zeitlupe, weil alles ruckelt. Oh, da ist noch einer. Willst du den umbringen? Zeitlupe! Oh, er kommt direkt auf uns zu. Aber warum tut er das? Okay, dann gucken wir mal. Das weiß ich nicht, er kommt gleich aus dem Baum raus. Ich sehe überhaupt nichts. Das sieht schon mal nichts. Da ist er. Ja, das sieht kein Zorn wie irgendwie. Oh, er dreht um. Krampfeuerwaffen? Ja, ich habe noch eine PDW, deswegen bin ich da eigentlich relativ zufrieden mit dem Ding. Geh mal hoch. Oh, das war der falsche Knopf. Ich gucke nochmal an der Grundebene hier. Hier liegt noch Feuer, hier liegt ein bisschen... Oh, die Kinder rufen um Hilfe. Ja, stimmt. Aber wir machen natürlich nichts. Ich habe eine Uhr gefunden. Spiel durchgespielt, Dankeschön. Oh, eine Uhr! Ja, bei einer Uhr ist das Spiel vorbei. Ja, ich weiß. Seid ihr in der Schule oder seid ihr in dem Hospital? Wir sind... Ne, nicht Hospital. Wir sind... Ja, es ist Schule, genau. Ach, scheiße, mein Essen blinkt. Da kommt einer angelaufen, glaube ich. Ja. Den musst du hacken. Hatt, ich bin jetzt auch auf deiner Ebene. Okay. Wo ist er denn jetzt? Ich bin gerade... Er ist in die Schule gelaufen. Oh. Schön. Nur, dass du es weißt, ne? Ich bin jetzt auf dem Außending. Ähm. Ich gehe jetzt mal aufs Dach hoch. Da ist er. Hallo, ich bin da, ich bin da. Wow, wer schießt da? Hier. Das bin ich. Alter. Warte, ich sag... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein! Ich bin draußen. Ja, und ich bin drinnen, in so einer Schule, am Fenster, und habe ich gerade gesehen. Und dann höre ich es plötzlich... Piu! Ja, an der Ecke war ein Zombie, der hätte dich wahrscheinlich durchs Fenster beobachtet. So einen Spanner. Und den habe ich umgebracht. Alter, verweil ich es. Ich muss jetzt in der Schule dringend mal was essen, oder was das da ist, weil sonst... Dann macht das, dann geh doch in die Schule rein und chill mit Hendrik. Also ich habe bis jetzt an sinnvollen Sachen irgendwie nur Streichhölzer gefunden. Also Lee Enfield ist hier. Mit Magazinen, auch zwei, drei Stück. Wo seid ihr denn hier in der Schule? Ich bin auf dem Dach. Ich bin noch nicht auf dem Dach, aber... Oh, hier ist ein Revolver noch. In der Schule sind überall leere Whiskyflaschen. Sehr bezeichnend. Hier ist noch Feuerzeuge. Ist das ein Feuerzeug? Ja, hier ist noch Feuerzeuge. Oh, wer war... Wer ist das? Ist das Toni? Ich bin das. Was? Ach nein. Oh, das ist erz. Okay. Dann hol dir zumindest mal noch eine Pistole als Beierwaffe, okay? Ich habe doch eine Waffe. Hast du eine Pistole? Nein. Dann hol dir doch eine. Ich muss das was essen. Nam 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 nam. Wo hast du deine Pistole gefunden? Überall. Im ersten Stock. Überall. Schießt ihr wer? Ja, das bin ich. Okay, ich bin nämlich gerade eben... nicht auf dem Dach, aber... zwei Bandagen habe ich gefunden. Hier auf diesem Zwischendach bin ich jetzt gerade eben. Okay, die Schule ist noch ganz. Äh, die, das Hospital. Ja. Okay. Ich habe unheimlich viel hier entfällt, hat man hier auch gefunden. Und ein Huntingknife, aber ein Huntingknife hat man ja generell. Ja, dann nehme ich mir einen Revolver mit. Da ist das Hospital? Nee, wo ist denn das Hospital? Ist das da in der Mitte? Nee, das ist ganz an der Mauer. Ist eigentlich von der Seite, wovon der Ehe gekommen sein müsstet. Also hier ist ein Helikopterding auch so. Ja, genau, und links davon. Na, das sollte man fast mal versuchen, was? Ich bin drin. Also drauf. Okay. Bist du das, Kati? Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Wir sind zwei Leute. Ja, wir sind das. Ja, das bin ich. Gut. Zombies kommen hier rein, nicht erschrecken. Es kann sein, dass gleich einer hier hochkommen will. Wer schießt? Ich kann auch mit der Axt draufhauen. Wobei, ich habe nicht mehr so viel Blut. Nee, dann riskier's nicht. Da ist einer. Henrik? Wolltest du auch gerade raus... Ich bin hochgegangen, Kati, dachte ich. Ja, ich mach. Okay. Ja, ist down. Bitch. Oh, jetzt kommen sie jetzt von überall. Ja, da kommt einer rein, Kati. Ja, jede Menge kommen jetzt hier. Oh, scheiße. Von alten Seiten. Oh, krass. Oh, die rennen. Unterstützung. Nein, bei mir ruckelt es gerade richtig hart. Ich kann nicht viel. Komm, ich komme. Sonst geht hoch. Ja, das ist... Ich bewach die Tür. Oh, da ist ein Henrik. Oh, ich sehe das ja nicht. Oh, da ist ein Henrik. Aua, 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 aua. Oh mein Gott. Ich schießen, ich schießen. Oh. Henrik, irgendjemand? Ich schieß. Ja, egal. Jetzt blute ich eh. Jetzt kann ich auch... Zombies, äh... Ich blute übrigens. So, tötet ihn bitte mal mit der Axt. Ich blute, Henrik. Wie Sau. Ja, okay, warte. Beschütz mich mal. Ich bin auch noch nicht. Der kommt jetzt zu mir. Wo seid ihr jetzt genau? In diesem Schuss. Mama, 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 Schatz. Komm mir rein, komm mir rein. Ich fahre gleich in Ohnmacht. Bandagieren. Ich bewach die Tür. Sehr gut. Ich mach jetzt noch ein Hospital. Ich hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Hey, äh, jetzt... Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich könnte jede Sekunde in Ohnmacht fallen. Äh, Kathi, bewachst du sie und ich... Wenn Toni vielleicht Blutpakete und so, dann... Ja, das wäre so... Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht, wo ihr seid. Henrik holt dich. Oder? Ich arbeite dran, ja. Ich schieße jetzt. Was? Ich bin gleich in der Schule drin. Was macht ihr denn da? So, ja, sind überall Zombies wie Schweinen. So, ich laufe jetzt in die Schule rein. Wo seid ihr denn? Ich bin im ersten Stock mit den allen anderen. Nicht erschrecken, ich stehe dann hier schon. Alle anderen. Andere. Vorsicht, ich schieße gerade auf den Zombie. Gut, dass ich nichts mehr sehen kann von dem Elend. Okay. Oh, der eine Zombie kriegt noch. Ich hör's alle. Oh Gott, es kommen total viele jetzt, Henrik. Ich kann gar nicht hoch, weil du die ganze Zeit ballerst. Ja, ne, die kam auch von vorhin schon. Kann ich irgendwie dir helfen? Oh, ich fliegt am Boden. Aber ich bin nicht unmäßig irgendwie. Da kommt ja einer hochkrankt. Soll ich ihn schießen, oder? Ne, ne, ich mach. Au. 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 Okay, geh rein. Oh Gott. Das war ein riesen Tischig aus. Ich schieße. Hallo, na? Hallo. Hilfe. Das ist ein Herbst nach Blut. Der Doktor, guten Tag. Der Doktor da. Der ist sehr vertrauenswürdig. Ich bin Doktor. So, könnte irgendjemanden aus meinem Rucksack, ähm, da hab ich irgendwie so Painkiller und sowas, also, vielleicht nimmt sich jeder einfach eins. Ja, warte mal, ich, äh, klingt gut. Klingt gut. Ich muss erst mal hier machen. Ja, du nicht, du kriegst nix. Weißt du, ich hab hier grad alles geklärt. Ja, und, aber ich hab die Penke dafür die Frauen besorgt. Oh, danke sehr. Oh. Ah, der. Oh, darf ich mir auch was zu essen nehmen, oder was gar nicht zu essen? Doch, hast du, aber das brauchst du selber. Oh, aber noch mehr Blut gibt's nicht, oder? Ja, ich war noch nicht drin. Ach so, okay. Das wär super. Fürs Essen würd ich einfach mal die, wir vielleicht liegen hier ein paar Zombies rum, tot, die ihr untersuchen könnt. Ja. Braucht ihr noch eins essen? Sonst mach ich hier im Haus ein Feuer. Warum? Weil wir ganz viel rohes Fleisch haben. Ja. Hier ist Essen. Der Zombie auf der Treppe. Zombie auf der Treppe? Oh, krass, sind hier viele. Ja, das war, äh. Also ich ess jetzt mein Essen auch gleich. Ich bin zwar scho- Ja, warte, aber ich warte drauf. Es war zu auch noch. Noch blinkt es nicht. Nee, bei mir auch nicht. So, Penke, das werd ich jetzt auch mal zu mir nehmen. Weil ich ja auch zittere wie ein Schwein. Habt ihr alles abgesucht? Also hier liegt ja noch Trinken rum. Der ist ganz viel. Ich hab die Leichen noch nicht alle geplündert. Nö, aber. Nee, die Leichen ist auch nichts mehr drin. Hier ist noch eine Bandage, wenn einer braucht. Da war eine PDW, die hab ich aber gerade eben. Da waren vier Magazine, die hab ich mir jetzt nochmal mitgenommen. Äh. Mach ich denn hier? Ich bin jetzt übrigens draußen wieder unterwegs. Ja, können wir nochmal ins Hospital? Macht das Sinn? Ja, klar. Ja, wenn jemand mit der Axt die, die Scheiben zertrümmert, dann ja. Ja, das kann ich. Wo bist du? Ich weiß noch, wie es geht. Hier sind auch noch Streichhölzer liegen hier rum. Die ich gerade nicht nehmen kann. Tony, wo bist du? Ich bin hinten draußen, hinter der Schule irgendwo. Ah. Zombie. Draußen, hinter... Ich komm jetzt wieder rein. Oh, jetzt bin ich gerade rausgelaufen. Oh, da bist du ja. So, Bandagen. Ich bin immer noch im Haus. In welchem? Äh, ja, in dem Schulhaus. Deswegen, ich betone noch immer noch. Ich bin's, ich bin's. Wenn du Karte trast. Ja, das war Karte. Oh, was ist das? Soll ich hinterher oder sollen wir noch hier, äh, baden? Ja, ich guck gerade, ob hier noch irgendwie was... Oh, Mann. Ich hätte total gerne doch wieder eine Nahkampfwaffe, damit ich nicht jedes Mal 100... Ja, ich nehm die Brechstange hier mal mit. Da ist ein Zombie. Oh, meine Waffe ist leer. Oh. Bin mit Taschenlampe gefunden. Er ist tot. Sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Das lute ich mal. Ach, er hat nur Müll. Du Mann, Schwamm. Versuchst du mal die Scheiben einzuschlagen. Die hier? Mhm. Oh, oh. So? Oh, ich hab ja... ...automatisch gleich alle eingeschlagen. Ist aber nett.